Yo, was geht ab Leute, willkommen zu einem weiteren Video und zwar habe ich einen gelagten Song von Mo Phönix, das ganze heißt X, übertrieben geiles Lied, ihr habt es mir schon reingezogen, ok? Der Song wurde gelaget, ich weiß nicht, wann der veröffentlicht wird, es ist jetzt 10 Uhr nachts, um 0 Uhr werden die ganzen Songs veröffentlicht, die ich alle vorgestellt habe. Ich glaube, der kommt aber nicht, weil der Leak existiert schon eine Weile, ich glaube, der wird heute nicht released, ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein geiles Song, ok? Ich höre mal kurz rein und dann zeige ich euch den Referral, den kann ich euch einblenden. Also geiles Lied, sehr, sehr geiles Lied, feiere ich. Ich würde mich freuen, wenn es rauskommt auf jeden Fall, dann kann man es ganz normal auf Spotify pumpen und die Künstler dadurch unterstützen. Mal schauen, ich denke, es kommt heute nicht, also ich habe keine Informationen dazu oder so. Wie gesagt, ich melde mich bei weiteren Neuigkeiten und in diesem Sinne, haut rein und peace!